Wusstest du eigentlich, dass Ryanair damals 1988 kurz vor der Pleite stand? Es hat dann so einen jungen Typen gebraucht, der hieß O'Leary, der ist übrigens heute immer noch CEO von Ryanair. Kannst du gerne mal nachschauen, der sieht so aus. Der wurde also von seinem Chef nach Amerika geschickt und sollte sich dort die Billig-Airlines anschauen. Dann hat er sich da mit den verschiedenen CEOs der großen Fluggesellschaften getroffen und dann teilweise so viel getrunken, dass er sich am nächsten Tag nicht mal mehr an die Gespräche erinnern konnte. Nichtsdestotrotz kam er mit ein paar spitzfinderischen Ideen zurück, unter anderem zu meinem heutigen Leidwesen immer noch. Die hatten dann übrigens beide auch den Deal, dass sollte Ryanair jemals Gewinn bringen und ich glaube, wir wissen alle, dass Ryanair doch nicht so ein Flop war, dann bekommt er ab sofort 30% des Gewinns. Also ich glaube, O'Leary ist eine ziemlich gute Partie heute. Was hat er gemacht? Zum einen muss man sich einfach mal bewusst werden, dass ein Flugzeug natürlich nur Geld verdient, wenn es auf die Verschille durch die Lüfte fliegt. Das heißt, alle Bodenzeiten kosten die Airline Geld. Und dann kam er natürlich an und wollte diese Bodenzeiten so gering wie möglich halten. Des Weiteren hat man einfach alle Flugzeuge auf ein einziges Flugzeugmuster umgestellt. Ist klar, weniger Schulungskosten, weniger Technikkosten. Ihr müsst euch das mal vorstellen, die ganzen Bodenprozesse, die dauern bei Ryanair etwa 30 Minuten. Und dabei ist auch das Aus- und Einsteigen von den Gästen mit inbegriffen. Das Saubermachen, das Tanken, das Flugzeugausen besichtigen, ob da alles in Ordnung ist und so weiter. Das ist echt knapp. Bei mir sind es immerhin 40 Minuten, also wir haben 10 Minuten länger als Ryanair. Und ich finde es teilweise schon auch sehr sportlich. Es gibt zu Ryanair auch einen sehr, sehr guten Podcast, den ich absolut empfehlen kann. Lufthansa vs. Ryanair, Kampf der Unternehmen. Kann man sich in vier Teilen anhören. Absolute Empfehlung. Okay. Vielen Dank.